Der DAX, der klettert still und leise Richtung Allzeithoch, kaum einer kriegt es mit. Aber die Autoaktien, die hinten böse, hinterher insbesondere VW, dabei ist die Aktie zumindest auf dem Papier so niedrig bewertet wie eigentlich noch nie. Ist das jetzt eine riesen Einstiegschance oder eine dieser berüchtigten Value-Fallen? Die Antwort gibt es jetzt in diesem Video. Das ist schwer zu toppen bzw. zu unterbieten. Und VW zahlt ja seit 25 Jahren Dividende, hat seit 8 Jahren der Dividende nicht mehr gekürzt. In diesem Jahr sogar leicht angehoben auf etwas über 9 Euro. Das heißt, eine gewisse Dividendensicherheit ist vorhanden. Und schaut man sich die Konsensschätzungen der Analysten an, dann dürfte ein Lächeln über das Gesicht des einen oder anderen leidgeprüften VW-Aktionärs huschen. Denn nach einem leichten Rückgang in 2025 soll es dann in 2026 und 2027 sogar über die 10-Euro-Marke gehen, je Aktie natürlich mit der Dividende. Das heißt, Dividendenrendite von dann 10,3% bzw. 11,1%, was natürlich absolut sensationell wäre. Und die Ausschüttungsquote, die soll nur bei 30% liegen. Heißt, nur ein Bruchteil der erwirtschafteten freien Cashflows wird ausgeschüttet. Den Rest könnt ihr VW für Investitionen verwenden. Auch das ist eine gute Sache. Man würde also nicht an die Substanz gehen, sondern würde sich diese Ausschüttung auch gut leisten können. Und das wird sogar noch interessanter, wenn wir uns das KGV anschauen. Also das Gewinnmultiple liegen wir, wie gesagt, aktuell nur bei 3,4% für 2024 und sogar nur noch bei 2,9% für 2025. Was grundsätzlich schon ein attraktiver Wert ist. Aber es ist ja so, dass wir uns in der Autobrasche auch noch in einer Art zyklischen Tief befinden. Speziell auch in China. Und normalerweise ist es ja so, dass die Bewertungen von Autoaktien in zyklischen Tiefs eher hoch sind, eben weil die Gewinne stark zurückgehen, aber der Markt ja in die Zukunft schaut und eine gewisse Erholung schon wieder einpreist in den Kurs. Er weiß, dass es irgendwann wieder besser wird. Heißt, dass die VW-Aktie jetzt inmitten des zyklischen Abschwungs so extrem günstig bewertet ist. Das macht die Aktie eigentlich noch günstiger und insofern theoretisch noch interessanter. Ich habe das in dieser Grafik mit diesen beiden blauen Fällen mal zu verdeutlichen versucht. Für 2024 die EBIT-Schätzung in dunkelbraun, dann für 2025, sorry, in orange darüber und in 2026 in gelb nochmals darüber. Das heißt, das EBIT, der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern, der soll von 21 Milliarden Euro in 2024 auf 24 Milliarden Euro in 2025 und dann sogar auf über 26 Milliarden Euro in 2026 steigen. Rein quantitativ orientierte Aktionäre, also diejenigen unter euch, die sich nur auf Zahlen und Daten verlassen. Wenn die ganzen Schätzungen sich anschauen, die Analysten, die mussten eigentlich sofort massiv in VW investieren, denn diese Kombination aus extrem niedriger Bewertung und der Aussicht auf gleichzeitig deutlich steigende operative Gewinne, die gibt es eigentlich sonst so gut wie gar nicht an der Börse, wenn es tatsächlich so eintreten würde, wenn die Analysten es derzeit prognostizieren, dann wäre VW die Kaufchance des Jahrzehnts und das ist keine Übertreibung. Das Problem ist nur, die Schätzungen, die sind absolut unrealistisch, denn es sind auch zum Beispiel Schätzungen von JP Morgan enthalten, das sind chronische VW-Bullen, die hatten schon vor einem Jahr ein Kursziel von 193 Euro ausgegeben, aktuell stehen wir bei 97 Euro, also ziemlich exakt bei der Hälfte dieses Kursziels. Und die Schätzungen, dass die so unrealistisch sind, das liegt nicht daran, dass der Analyst sein Handwerk nicht verstehen wollte, sondern das liegt an den guten Geschäftsbeziehungen, die JP Morgan mit VW pflegt. 2021 zum Beispiel hat JP Morgan 75% der Volkswagen Payments-Sparte übernommen und auch beim Börsengang von Traton, der LKW-Tochter von VW war JP Morgan eine der Konsortialbanken und sage und schreibe 115 Millionen Euro hat dieses IPO damals gekostet. Heißt, VW ist ein sehr, sehr attraktiver Kunde für JP Morgan, deswegen möchte man sich da auf keinen Fall verschätzen mit der negativen Einstellung. Also heißt im Prinzip, was JP Morgan zur VW-Aktie sagt und schreibt, das könnt ihr gerade vergessen. Und es gibt weitere Analystenhäuser oder Investmentbanden, wo es sich ähnlich verhält und genau deswegen ist es im Übrigen so wichtig, dass ihr eure Infos aus unabhängigen Quellen bezieht, zum Beispiel aus diesen Videos hier auf dem Aktienkanal. Ich bin komplett unabhängig, ich kann die Dinge beim Namen nennen, ich recherchiere sauber für euch und wir haben keinerlei Verpflichtungen gegenüber irgendwelchen Werbekunden oder Ähnlichem. Also einfach unten auf den Abonnieren-Button klicken und ihr werdet auch zukünftig von mir neutral und sauber recherchierte Infos und Analysten zu den wichtigsten Aktien erhalten, das verspreche ich euch. Zurück zu VW, ein anderer Analyst, der hat schon vor einem Jahr Klartext gesprochen und zwar Patrick Hummel von der UBS, wie die Schweizer sagen. Auch da ist es so, die UBS sind nicht etwa guten Menschen, im Gegenteil, die haben historisch betrachtet auch jede Menge Dreck am Steck. Ich sitze hier ja in der Schweiz, ich interessiere mich dafür, also UBS, bei Leibe keine Engel, ganz im Gegenteil, aber die haben eben keine besonderen Geschäftsbeziehungen zu VW, die wurden nicht als Konsortialbank berücksichtigt bei Drahton und die reden deswegen Klartext schon vor einem Jahr. Da hat dieser Patrick Hummel nämlich geschrieben, der Autobauer wird auf globaler Ebene am stärksten bedrängt von der zunehmenden chinesischen Konkurrenz. Der Genwind, dem die Wolfsburger auch in Europa durch chinesische Elektroautos ausgesetzt sind, wird am Markt unterschätzt. Die Aktie wirkt zwar derzeit günstig, doch in den kommenden ein bis zwei Jahren dürfte sich dies zum Negativen wenden. Absoluter Volltreffer, genau so war es. Auch das Kursziel hat ziemlich gut hingehaut, 100 Euro, da liegen wir jetzt ungefähr aktuell auch. Und genau dieser Patrick Hummel hat jetzt eine ganz neue Analyse rausgegeben. Seine Argumentation diesmal, die trifft es meiner Ansicht nach wieder ziemlich gut. Der schleppende Absatz von E-Fahrzeugen mache es nämlich für die Fahrzeughersteller schwieriger, die CO2-Vorgaben zu erreichen. VW wird die Vorgaben ohne massive Preisnachlässe mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Margen wohl nicht erfüllen. Was steckt da dahinter? Nun, es ist ja so, dass ab 2025 in der EU neue CO2-Flottenziele gelten. Und VW hat da eine unglaubliche Herausforderung, denn um diese CO2-Flottenziele zu erreichen, müssten die Wolfsburger ihren Elektroautoanteil in der EU nahezu verdoppeln. 15% aller verkauften Neuwagen, die müssen emissionsarm sein. In 2030 sogar 30%. Im ersten Halbjahr 2024 lag VW gerade mal bei 7,3%, also bei weniger als der Hälfte. Dabei sind die Ziele gar nicht so ambitioniert. Die wurden sogar noch aufgeweicht. Es gibt auch keine Strafzahlungen mehr, sondern nur eine Boni, die es zu erreichen gibt. Trotzdem könnte es zu einem ziemlichen Preiskampf führen bei E-Autos im kommenden Jahr. VW dürfte versuchen, möglichst viele E-Autos zu Kampfpreisen in den Markt zu drücken, um irgendwie an diese Boni zu kommen. Also an der Stelle, kleiner Exkurs, wenn ihr ein E-Auto, Elektroauto kaufen wollt, könnte es sinnvoll sein, eher noch ein bisschen zu warten bis nächstes Jahr. Es könnte richtig günstiger werden in 2025. Aber natürlich, aus Sicht der Aktionäre, das Ganze auf Kosten der Marschen von VW. Wenn wir mal zurückschauen, was die für große Töne gespuckt haben 2016 nach dem Dieselskandal, zum Beispiel von wegen, man habe das Ziel, der absolute Weltmarktführer zu werden bis zum Jahr 2025 bei E-Autos. Jährlich eine Million Elektroautos will man verkaufen. Rein was die Summe anverkauften oder die Menge anverkauften Autos betrifft, ist man gar nicht so weit entfandt. Im ersten Halbjahr 2024 waren es 317.000. Der Punkt ist nur, es ging ja viel, viel schneller in Richtung Elektromobilität, als das speziell VW und viele andere deutsche Autobauer erwartet haben. Und die relativen Marktanteile, an denen sieht man erst, wie weit VW hinterherhängt. Ich habe nochmal von JetGPT eine Grafik zu den globalen Marktanteilen Ende 2023 erstellen lassen. Und ihr seht, VW kommt global auf einen Marktanteil von gerade mal 8 Prozent, weit, weit hinter Tesla mit 18,6 Prozent und nach BYD mit 12 Prozent. Und speziell in China, das ja das Gros der Elektroautos stellt, wo das Gros der Elektroautos verkauft worden hat, VW riesige Probleme. In dieser Meldung von 2016 hat man noch hervorgehoben, wie wichtig die Bereiche Vernetzung und autonomes Fahren sind. Und genau da hat man ein einzigartiges Desaster erlebt in den letzten Jahren. Man kann das gar nicht genug kritisieren. Im Softwarebereich zum Beispiel kriegt es VW einfach überhaupt nicht auf die Reihe. Da wurde im Mai letzten Jahres wieder mal der gesamte Vorstand bei Carriot entlassen. 2025 wollte VW eigentlich ein eigenes Betriebssystem fertig haben. Jetzt ist bekannt, das VW-OS, das wird gar nicht eigenständig, sondern es bildet nur eine virtuelle Klammer, um verschiedene Betriebssysteme, absolutes Stückwerk also. Und die neuen Pläne von VW-Chef Oliver Blume, die besagen jetzt, dass vor, Achtung, 2030 nicht mit dieser Software 2.0 zu rechnen sei. Momentan ist es sogar so, dass Updates zwischen den Systemen gar nicht möglich sind. Sprich, wer ein VW-ID-30 hat, keine Chance, das echte VW-OS oder die Version 2.0 ins Auto zu holen. Ich bin mir sicher, Elon Musk, das so mitkriegt, wenn er in Texas da hockt, der kommt aus dem Lachen gar nicht mehr raus, wenn er da sieht, was der deutsche Widersacher da so fabriziert hat in den letzten Jahren. Die Frage ist natürlich, warum ist es eigentlich so? Es gibt auch in Deutschland so viele exzellente Softwareentwickler. Das Problem ist, es sind nicht die Entwickler selber, an denen es liegt, sondern die Herangehensweise vom VW. Momentan ist es so, dass die Teams nicht ein Betriebssystem entwickeln müssen, sondern gleich drei. Und eines für die aktuellen Autos nämlich, also auf Basis dieses Baukastens MEB, eines für die kommenden Premium-Elektroautos von Porsche und Audi, auf Basis der sogenannten PPE-Plattformen, und dann noch für die Version 2.0, also die jetzt ab 2030 kommen soll, nochmal ein ganz neues System. Der Kardinalfehler war bisher einfach, man hat sich auf die Hardware konzentriert, auf die Autos selber und wollte dann nachher die Elektronik-Architektur einfügen. Das muss aber angesichts der enormen Bedeutung von Elektronik und Software inzwischen genau umgekehrt laufen. Die Modelle müssen von innen nach außen entwickelt werden. Zuerst die Elektronik, dann die Hardware. Inzwischen hat man das wohl bei VW verstanden, aber das Chaos ist eben bereits angerichtet. Das dauert unglaublich lange, bis das irgendwann mal wieder beseitigt werden kann. Und die Folge des Ganzen ist es, VW muss sich in China Hilfe suchen, hat sich bereits vor einem Jahr mit 5% bei Xpeng eingekauft, das hatte 700 Millionen Euro. Vor kurzem gab es eine Meldung, wo die beiden Partner berichten, dass VW-Mitarbeiter viel mehr Zeit in den Büros von Xpeng verbringen als umgekehrt, um dort von den Chinesen zu lernen. Hier die News dazu in gelb markiert, die entsprechende Stelle heißt im Klartext, noch vor einigen Jahren, da hieß das gängige Narrativ in Deutschland, die Chinesen, die kooperieren nur mit uns, weil sie unsere Technologie klauen möchten. Jetzt bezahlen wir dafür, dass wir die chinesische Technologie mitnützen dürfen und von den Chinesen lernen können. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber irgendwie ist Deutschland inzwischen ziemlich lost, wie es mein Sohn wohl auf Neudeutsch ausdrücken würde. Und so kommt mir bei VW immer wieder der alte Zigarettenstummelvergleich von Warren Buffett in den Sinn nach dem Motto, sie mögen feucht und eklig sein, aber einen letzten Zug geben sie noch gratis her. Bei VW wird sich dieser letzte Zug noch über Jahre hinziehen, soll heißen bei der Elektromobilität. Da gerät man zwar immer weiter ins Hintertreffen, was für die Zukunft nichts Gutes anlässt, aber im Geschäft mit den Benzinern kann VW wahrscheinlich noch Jahre gutes Geld verdienen und entsprechend auch einzelne Dividenden ausschütten. Zudem hätten wir immer noch 75% an Porsche, die ihrerseits ja knapp 64 Milliarden Euro wert sind. Und insofern ist dieser Anteil von VW an Porsche fast gleich viel wert wie die gesamte Marktkapitalisierung von VW im Moment. Heißt, meiner Ansicht nach könnte es so laufen, dass VW sukzessive weiter Porsche-Anteile verkauft in den kommenden Jahren, um so die Löcher im eigenen Geschäft zu stopfen. Und die Beteiligung an Porsche ist so quasi eine Art stille Reserve, die den Kurs nach unten relativ gut abfedern könnte. Insofern ist mein Fazit eigentlich das gleiche wie vor einem Jahr bereits. Wachstumsorientierte Anleger sollten einen ganz, ganz weiten Bogen um die VW-Aktie machen. Die Zukunft sieht düster aus. Bin ich überzeugt, der Fondswerber auf hohe Dividenden abzielt und die Value-Spekulation ist gut. Für den könnte VW tatsächlich kurzfristig trotzdem interessant sein, denn die Aktie ist extrem günstig bewertet. Mit einem selbst für VW-Verhältnis hier ungewöhnlich hohen Abschlag auf den inneren Wert und einem extrem niedrigen KGV. Und das könnte kurzfristig durchaus für Kursgewinne sorgen. Soviel für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert, zählen meinen Kanal. Ich bin Armin Praktin, am Glück, sehen uns wieder am Sonntag. Bis dahin. Ciao, ciao.